Katalog Nummer 5, verehrte Zuschauer, entspringt dem ersten Jahrgang des Vererbers Valverde. Valencia ist in der Bahn, eine dreijährige westfälische Tochter dieses Vitalis Sohnes aus der San Romanticos Stella, vom San Romantico Rivero 2 und Legendär 1. Aus dem Mutterstamm dieser Stute gibt es auch die gekürten Hengste Almhügel 1 bis 3 oder den Landbeschäler Dachs. Das Grand Prix Ressort Pferd Weltmark, ein Weltmeiersohn, ebenfalls ein Nachkomme aus dem Mutterstamm dieser Katalog Nummer 5, Valencia. Ja, meine Damen und Herren, und mich beeindruckt sofort die Gelassenheit dieser Stute. Ein dreijähriges Pferd, hier alleine auf dem Viereck in Münster-Handorf, herrlich hergerichtet. Die geht, wenn man so will, wie eine Alte. Ruhiges, gleichmäßiges, taktsicheres Traben. Sehr, sehr schön in dieser Grundgangart von Chefbereiter Marco in Szene gesetzt. Ich glaube, das ist das, was wir sehen wollen, wenn wir junge Pferde sehen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass ein junges Pferd in fremder Umgebung sich so gelassen präsentiert. Sicherlich müsste sie am Ende des Tages noch ein wenig sich mehr öffnen im Hals, im Ganaschenwinkel. Aber das ist das, was dann auch der Ausbildung vorbehalten ist. Hier sehen wir aber das Talent, was die Stute mitbringt für die Trabarbeit. Und wir sehen, wie ich finde, das gute Temperament. Und das ist am Ende des Tages für das Ausbilden von zentraler Bedeutung. Ich könnte mir auch denken, dass dieses Pferd dem Reiter ein gutes Sitzgefühl gibt. Und diese Stute wirklich ein gutes Kooperieren mitbringen. Das wollen wir mal sehen, ob uns das in der zweiten Grundgangart im Galopp genauso gelingt, wie das hier im Augenblick im Trab ist, auf beiden Händen. Auch das ist wichtig. Wirklich ein ausbalancierter Bewegungsablauf. Sehr ansprechend schon im Seitenbild. Und was sicherlich auch noch hervorsticht, ist diese natürliche Bergauf-Tendenz. Und sehr schön, was Marco jetzt macht. Immer wieder das Vorfühlen in Richtung Pferdemaul, was ich gerade angedeutet habe. Noch mehr öffnen im Hals. Man sieht ihr, wie sie das mehr und mehr macht, wie sie das annimmt. Und das ist, finde ich, das Wunderbare hier am Erstellen dieser Videos in Münster-Handorf. Dass wir sehen die Entwicklung eines Pferdes. Und das ist entscheidend auch für den Kunden hinterher, der das Pferd dann online erfolgt. Ja, ladies and gentlemen, a very warm welcome. When we are watching Valencia, a horse with a lovely, lovely trot. And to be honest, this horse is first time here in this magnificent arena in Handoff. And I think the horse is very, very supple. Has a natural suppleness. And we now watch the second gait, which is a canter. It's a lovely, lovely canter on the right hand. And I like the way Marco, he is, we say in the German language, Chefbereiter. He is the first rider here since ages in Handoff. And he is presenting this horse in a lovely way, always giving the rain and retaining the rain. And this is very, very good for this horse to come with the hind legs under the center of gravity in the canter. Und nun wollen wir uns den Galopp mal auf der rechten Hand ansehen. Der Linksgalopp war, wie ich finde, sehr, sehr ausdrucksvoll. Und ich gehe mal davon aus, dass es rechts genauso ist. Wobei das nicht unbedingt gesagt ist. Oft ist es so, dass die Pferde auf einer Hand deutlich besser als auf der anderen galoppieren. Ich vermute mal, dass das hier nicht der Fall sein wird und erfreue mich gerade an dem Pferd, wenn ich mir die Schweifhaltung ansehe. Ganz ruhiger, getragener Schweif. Also wirklich ein ausgesprochen sympathisches Pferd. Now, canter right, please. So that we see the canter on the right-hand side. Ja, easy. Nicht? Three years of age. Easy on the circle line into the canter right. Lovely canter. As good as a canter on the left-hand side. Nicht? And very, very well trained. I want to say congratulations to this lovely, lovely trained horse. And, ja, horse and rider, but in this way I underline horse absolutely on the right way. Nicht? Good with the outside reins. Training the horse there at the entrance of the dressage arena. Ja, and a smooth transition now into the trot. And, Marco, you can give longer rain, if possible. The longer rain. This is very important when we are training our horses that we finish our sessions always with a longer rain, so that the horses can stretch their necks. Ja, meine Damen und Herren, das ist genau so, wie es klassisch aussehen soll. Nach einer kurzen Trainingseinheit erst einmal wieder die Zügel aus der Hand kauen zu lassen. Und man sieht auch, wie vertrauensvoll die Stute das macht. Das ist sicherlich noch nicht perfekt. Aber das ist genau das, was so ein Pferd jetzt braucht. Jetzt linke Hand, wunderbar. Jetzt im Seitenbild zu sehen, wie sie mehr und mehr, wie wir es in der Fachsprache sagen, das Gebiss sucht. Und das ist genau das, was wichtig ist und was nachher für die Kunden von großer Bedeutung ist. Und dann kann man, wenn ein Pferd so gearbeitet ist, wunderbar anknüpfen, wenn so ein Pferd dann in einem neuen Stall bei einem neuen Besitzer steht. Ja, herrlich. Und nun, genau, den Zügel ganz hingeben, also im Trab noch der längere Zügel und nun ganz hingeben. Ich finde das wunderbar. Also ein sehr, sehr losgelassenes, gelassenes Pferd. Und das kann man jetzt auch im Schritt sehen. Der Schritt ist ja in hohem Maße auch der Spiegel guter Reiterei. Und wenn man das jetzt sieht, ein wirklich gelassenes, recht ergiebiges und vor allem taktsicheres Schreiten. Bei guter Dehnung an die Hand heran, horse and rider trained into the right direction. Both are, I hope, happy. The horse is happy, I'm absolutely sure. Nice body language. And ja, a walk clear in rhythm with activity and fairly good covering ground and over tracking. Well done. Ja, Marco, vielen herzlichen Dank. Eine wirklich eindrucksvolle Präsentation von Valencia, der Kopfnummer 5 hier in diesem Auktionslot. Ja, mit der Valencia, eine dreijährige Stute, die ich jetzt seit circa vier Wochen reite, habe ich ein wirklich sehr unkompliziertes Pferd, die von Anfang an Spaß machte. Auch hier draußen im Training, ganz unkompliziert in allen drei Grundganggarten und einfach eine gute Grundritigkeit mitbringt. Die Kostche, 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 die Kostche. Die Kostche, 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 die Kostche. Untertitelung des ZDF, 2020